die jahre will kommt weg zu einer neuen Folge von Burgbau ich hätte hier letztes Mittwoch glaube ich habe ich so geladen um habe ich ja hier Burg schon etwas als die ich die Burg die die Kirche hier etwas Schöne was auch egal was ich erlauben diesmal ist die Musik auch ein bisschen lauter ich hab nämlich gesehen dass sie doch relativ leise ist ich bin damit aber immer noch nicht ganz zufrieden ich mach dich hier noch länger jetzt piept mein Headset das Kabel Koppel 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 öp zack eingeschlossen so 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 Koppel Koppel verkündigt Koppel kann ich schön machen immer das verbessern dann Mein das geht nicht ganz gut jetzt habe ich glaube ich was falsch gemacht 4 1 2 3 so der ist die geregelte ordnung glaube ich das das da muss ich sagen mehr aus als das da es ist auch moment jetzt muss es überpassen ja es passt aber wie gesagt ich mach den jetzt auch noch einen weiter weil es ist mir einfach noch zu kurz zu schmächtig so boom 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 da ich jetzt ja hier schon so ein Dach gemacht habe ich Idiot mache ich das jetzt hier kurz die Wand hochziehen hier ja ich mach mal jetzt kurz eine Pause um die Musik zu hören so mal ein bisschen zu relaxen während ich hier diese Mauern hochziehe hier 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 Ich bin auf'n'DAS abbekommen. Mensch! So... Ist das nicht herrlich? Ah... Schön... Jetzt kommt der Beat. Oh! Oh! Ich hab'... Ah, egal. Woll' ich nicht. Gut. Und falls ihr mich noch nicht gesehen habt, ich hab' so'n geilen Piggy hier, ey. Wiii! Ne? Das ist so mein Sixpack in real, Digger. Aha! Nein. Ist es nicht. Oh, die Wand gibt es hier, okay. Okay! Anton! Aha! Wie, glaub' ich, letztes Mal schon angesprochen hatte, ist, kann ich auch mal theoretisch Landwirtschaftssimulator mal aufnehmen und das mal hochladen. Falls ihr da Bock drauf habt, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Und dann wird dies demnächst mal erscheinen. Aber natürlich wird Minecraft eigentlich dann weiterlaufen, wenn ich's hinkrieg' mit meinem Rotz-Internet und der Schule. Weil im Moment, also, morgen ist zum Beispiel meine englische mündliche Prüfung. Deswegen, aber danach hab' ich eigentlich nichts mehr in der Schule und deswegen müsste es eigentlich klappen. Oh, nee! Und, nee. Paar jetzt mach' mir mal ganz schnell. Ja! Jaaaa! Haha! So! Wie viel hat's gebracht? Gar nichts. Boah. bei Minecraft geht immer alles so langsam so träge so brannten wir hier nochmal alles oh ne, hier sind wir diese scheiß Ecken oh, die ich hasse ich hasse Treppen einfach anbringen aber der Rest ist alles hässlich immer man, ich hab dich da so rum reingemacht falsch, falsch, richtig ganz gesittet hier falsch richtig falsch so man, wieso mach ich hier eigentlich immer so viele Ecken ein, ey weißt du, ich bin auch ein bisschen dumm im Kopf ahn, ey das kann man noch diese falschen Treppen mir in den Weg hier so fertig so, wir wollen das ja hier gleich ordentlich machen, ne so wie es ja auch sein soll demnächst, ne so 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 falsch so und so dann kann ich das ja hier mal wieder weg und das Dach hier Pam, 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 pam das ist in Wirklichkeit immer solche Riesenklumpen ab, abfliegen würden, so brrrr vor allem da ist halt einfach noch der Ziegelstein so richtig noch fest montiert mit dem Mörtel so drin so richtig fest du siehst so richtig diese Stücken rausfliegen auch wieder die Logik von Minecraft mal wieder hallo oh, ich hab den falsch ne so ich glaub so geht das auch, ne oh shit voll der harte boy hier tak, tak, tak dreht alles so fix machen hier boom boom boah ey ich bin so gut da drin, man mich könnte man einstellen so als Minecraft Dachbauer ey boah boom was soll ich für ein Geigenmucke hier ey pu pu, puu, puu, puu wau, guck mal, das soll für zu lang machen einfach so und dann so und dann so und dann so und dann fertig und dann so, 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 so oh, zu weit so so zack zack boom yo Junge, ich bin so fast und hier, geht das hier nicht auch? ja ja alter ich revolutioniere die Welt ich werd Billionär boah klatsch ey, das ist sensationell ey so weich wie ein Babypopo geht das jetzt hier zack, zack, zack fertig guck mal so das sieht doch schon viel schöner aus und hier werden wir das nicht mit so einem Müllgedein machen hier hier kommt der richtige Durchgang boom aber da hier, hier ja oh, ich hab glaube ich eine Idee gerade ich hab eine geniale Idee Mann, ich baue hier immer so viel Kacke das dauert immer so mega lange aber es soll ja schön sein, ne nein, falsche Seite oh shit, ich seh gerade wir sind schon über 10 Minuten, Jungs das ging aber fix nein, da würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal wenn's wieder heiß ich baue da Burg weiter, ne tschüss